So, da sind wir glaube ich auch schon bei der vorletzten Aufgabe und ich etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe eines Außenposten der 7. Ihr wisst ja, ich lande immer da oben rechts an dem Außenposten, gerade weil da auch immer der Auftrag ist, beziehungsweise das Kopfgeld. Ich glaube, ich habe jetzt über 100 Kopfgeldmissionen hinter mir, also läuft immer ganz gut. Es ist immer eine kleine Goldeinnahme, ihr seht es hier unten rechts, 2800 Schlok, 10.000 Gold oder so habe ich schon ausgegeben, also läuft eigentlich ganz gut, aber ich sage ganz ehrlich, ich glaube, ich bin dann jetzt für die Season schon bald mit Fortnite durch. Ich meine über Level 200, Prola ist jetzt auch schon da, aber mal gucken, wo sich das Ganze noch so hin entwickelt, gleich mal gucken, dass ich die neue Pump mal ein bisschen testen kann. So, jetzt hoffe ich erstmal, dass hier keiner mit mir landet, ich sehe schon, wo wir hin müssen, wenn ich mich nicht vergucke, ich meine nämlich da. Ah, das sieht doch aus, als würde ich mal alleine da landen. Ich habe mich nämlich eben schon gewundert, wo ich angefangen habe. Und ist das, ja, ihr seht es auf der Minimap, immer das kleine Mikrofon. Und zack. So, was müssen wir denn jetzt machen? Ja, dann fangen wir auch noch damit gleich mal an. Dann fange ich an, die sie zu sammeln und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe, würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lässt. Und in dem Sinne, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein.